Hier kommt die Prinzessin! So! Bitte sehr! Sitzt du schön bequem? Gut! Au ja, die sind gut! Und ich brauch das und... Oh, den brauch ich auch! Und Schokolade ist immer lecker im Kuchen! Hallo! Bereitet ihr hier irgendwas vor für meinen Geburtstag? Du darfst erst gucken, wenn es fertig ist! Oh, Verzeihung! Und jetzt noch etwas Mehl! Was ist denn das, das Weiße da? Das ist Mehl! Und ist das wichtig beim Kuchenbacken? Oh ja, sehr wichtig, Prinzessin! Ja, das sieht schon sehr gut aus! Hey! No! No! Das ist mein Mehl! Für meinen Kuchen! Ich mach auch was! Ich mach auch was! Das, das, das... Oh! Oh! Jetzt sieh dir an, was du gemacht hast, ey! Also, Vorkoster, du musst mir jetzt sagen, was lecker ist! Willst du die Sachen nicht selbst probieren, Prinzessin? Ich bin die Köchin und Moor ist mein Vorkoster! Rosinen-Moor? Hm! Moor will sie nicht essen! Wie ist das bei dir, wenn du nicht essen willst? Oh! Hier kommt das Flugzeug! Bist du ganz sicher? Ich glaub, die mag Moor nicht! Kirschen vielleicht? Zitrone? Zitrone lieber nicht! Frühstücksflocken vielleicht? Die Frühstücksflocken schmecken dir also! Ah! Frühstücksflocken? Kekse? Bananen? Pudding? Was ist denn? Bist du sicher? Dann klebt alles besser zusammen! Schokolade, 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 ein Lolli, Schokolade, Milchreis, Schokolade! Oh! Ach du liebe Zeit! Kannst du ihn für mich in den Ofen schieben? Ich muss doch noch die Verzehrung machen! Du willst das in den Ofen schieben? Natürlich! Na schön! Ich mag Zuckerguss! Er ist so schön matschig! Ja, das sehe ich! Was machst du da? Ich mache eine schöne Verzierung für meinen Kuchen! Ich matsch das zusammen und form den Körper! Das wird ein Arm! Und noch ein Arm! Und dann brauche ich noch rote Farbe für die Uniform! Ich nehme Schokotropfs für die Augen und die Nase, Lakritze für die Stiefel, eine Schokoladenrolle für die Mütze und Bonbons für die Knöpfe! Die Kuchen sind bald fertig! Dauert nicht mehr lang! Kuchenbacken ist doch ganz leicht! Und ich mache jetzt jeden Tag einen! Und ich mache jetzt jeden Tag einen! Oh, er ist fertig! Oh, er ist fertig! Oh, er ist fertig! Oh, sieh dir das an! Er ist wieder mal ein Kunstwerke! Oh, er sieht nicht so gut aus. Ich probiere ihn mal. Wie geht's? Oh nein! Naja, das ist mal was anderes. Er ist ganz furchtbar. Ja, nicht traurig, Prinzessin. Einen Kuchen zu backen ist sehr knifflig. Manchmal sogar für mich. Aber jetzt habe ich keine Überraschung für den General. Aber sieh mal, du hast eine sehr schöne Verzierung gemacht, eh? Das stimmt. Und dein Kuchen hat noch gar keine Verzierung. Ah, nehmen wir doch einfach deine dafür. Das hast du schön gemacht. Er riecht lecker. Und er sieht lecker aus. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017